Das Hotel Chai Beach Princess liegt in Maspalomans in Gran Canaria. Die meisten Gäste des Hotel Chai Beach Princess würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 67%. 71 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,1 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogramm. Bewertet werden diese mit 4,4 von 6 Sonnen. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,2 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Der gute Zustand und Sauberkeit des Hotels gefällt den meisten Gästen, die sich hierfür mit 3,9 von 6 Sonnen bedanken. Lage und Umgebung Die Lage des Hotels ist in den Augen der meisten Gäste zufriedenstellend. Es werden 3,5 von 6 Sonnen vergeben. Astronomie Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,4 von 6 Sonnen hat es gereicht. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.